Läuft. Hallo Internet. Hallo. Wir sind Theodor Vaughn, Jay Donkey, Yellow Cookies und Milf Anderson. Und wir sind vier der fünf Superlows, die jetzt zusammen innerhalb von 24 Stunden ein komplettes Trap-Album produzieren. Jetzt um 12 beginnt der Livestream, der dauert 24 Stunden. Ihr könnt 24 Stunden zugucken, wie wir ein komplettes Album produzieren. Zwei Musikvideos und alles mögliche. Und morgen um 12 ist Abgabe. Also die nächsten 24 Stunden habt ihr hoffentlich nichts zu tun, außer zuzuschauen, wie wir Trap machen.